Silvair Gamboula, du bist in guter Form. Am Freitag hast du ein sehr wichtiges Tor geschossen im Köp. Wie fühlst du dich? Ja, es ist wahr, ich habe am Abend gewonnen. Das macht es gut, es ist ein Verzweiflung für die Mannschaft. Es macht mir viel Spaß, ich fühle mich super gut und ich bin glücklich. Du bist jetzt ein paar Monate hier in Bern. Wie bist du in Bern angekommen, wie fühlst du dich hier in der Mannschaft? Ich fühle mich super gut hier in Bern. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich habe eine sehr gute Gruppe und es macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt kommt eine große Freude auf euch zu, die Champions League startet, die Gruppenphase am Dienstag. Für uns in der Schweiz oder in Europa ist das ein Kindheitstraum, jedes Kind träumt von der Champions League. Ja, es ist wahr, es ist ein Traum, das ich in der Champions League spielen kann. Und jetzt habe ich die Chance, die Möglichkeit, die Champions League spielen. Ich bin sehr froh. Und jetzt wissen wir, dass es ein Spiel ist wichtig. Wir vorbereiten uns gut, dass wir uns gut vorbereiten. Und ich denke, dass das Spiel funktioniert. Wir spielen gegen Leipzig. Du kennst Leipzig aus deiner Zeit aus der Bundesliga. Was erwartet hier Ibe? Es ist wahr, ich glaube, ich habe zwei Matches mit Leipzig gemacht. Das ist eine gute Team. Das spielt gut im Fußball. Und hier habe ich auch noch Zeit, zu sehen, das spielt gut im Fußball. Das spielt gut im Fußball. Aber dann haben wir die Chance, dass wir bei uns spielen. Und ich denke, dass wir alles geben, damit alles gut passiert. Und wir spielen gegen unsere Fans. Du hast es gesagt, es wird unsere Fans brauchen. Es muss ein Vorteil sein. Also die Unterstützung muss hier sein, um hier wirklich gegen einen sehr starken Gegner eine Chance zu haben, zu Hause im vollen Wankdorf. Ja, es ist, wie ich gerade gesagt habe. Es ist die Chance, die wir haben, bei uns spielen gegen unsere Fans. Und ich frage unsere Fans, die wir hinter uns unterstützen, damit alles gut passiert. Und ich bin sicher, dass wir die drei Punkte nehmen. Natürlich ist Leipzig der Favorit. Das bedeutet auch, wir müssen viel defensiv arbeiten. Was hast du dir als Stürmer vorgenommen für dieses Spiel? Ja, das ist der Arbeit der Stürmer. Das ist das, was wir am März machen. Wir werden alles geben, damit alles gut passiert. Und ich denke, dass wir die Chance haben, den Stürmer zu machen. Das ist der Arbeit der Stürmer. Dann hoffen wir natürlich auch, dass es gut kommt. Wir wünschen viel Erfolg und alles Gute am Dienstag. Danke schön. Danke schön.